Der Prank an Adi Tutore und seine Frau Hanna Tullnik geht in die nächste Runde. Wie ihr wisst, hat mir TikTok erlaubt, für Adis und Hannas Hochzeitssong einen Banner zu machen. Wie fandest du den, Hanna? Absolut schein. Und jetzt wird's Zeit für Adis Reaktion, denn der Banner ist jetzt auch in der Schweiz. Ja, lass es einfach bleiben. Das hier ist der Banner und das hier der Song.